Bei mir ist Dominik Rascher, Spielerin der ZSC Lions. Sie hat soeben gegen Weinfelden gewonnen mit 4 zu 2. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, wir haben Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen. Aber es waren immer mehr positive Situationen dabei. Und die negativen müssen wir weiter arbeiten, damit wir für das nächste Spiel bereit sind. Aber ich glaube, wir können gute Punkte mitnehmen, damit wir dann ready für das nächste Spiel sein. Wie siehst du deine Leistung heute im Spiel? Ja, ich glaube, es ist gleich wie von der ganzen Mannschaft. Es waren gute Situationen dabei, aber sicherlich auch Dinge, an denen ich noch arbeiten muss im Training. Und das müssen wir machen. Du bist jetzt das zweite Jahr in der Schweiz, hier in Zürich. Wie ist das für dich? Warum? Kannst du dazu etwas sagen? Es ist hier in der Schweiz zu spielen, als Ausländerin. Ja, für mich ist es auf alle Fälle eine Ehre, dass ich da spielen darf und neue Erfahrungen sammeln kann. Und es ist schon ein Unterschied zur anderen Liga. Einfach die Art und Weise, wie da gespielt wird und vom Speed her. Und ich glaube, dass es auch hier sehr professionell ist mit dem Trainer, Staff und so weiter. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich da spielen darf. Vielen Dank, Sam. Danke. Tschüss, tschüss. SchüßGER-iese, aufschaffender